Hi, ich bin Kerstin, ich bin Kerstin, Designerin, DIY-Expertin und Mama und ich freue mich, dass du da bist. Eigentlich designe ich DIY-Vorlagen für Papiergeschenke, aber in Wirklichkeit helfe ich dir dabei, glückliche Momente mit deinen Liebsten zu schenken. Ich finde es super, dass du gemeinsame Zeit schenken möchtest und dir die Mühe dafür machst, ein ganz besonderes Geschenk zu machen. Wie du dieses kleine Geschenk jetzt selber machen kannst, das siehst du jetzt im Video. Gib mir gerne deinen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefällt und abonniere meinen Kanal für weitere DIY-Tutorials. Wenn du noch weitere Ideen hast, dann schreib mir das gerne unten in die Kommentare rein und ich freue mich immer auf Feedback und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Basteln und beim Verschenken. Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.